hallo und herzlich willkommen zurück bei der modi bei meiner neuen neuer folge starcraft 2 1 gegen 1 gegen ein zerg mit modi mit protos auf schienmehrwerke dabei muss mein intro ein bisschen verbessern auch display gegen zerg sowieso das passt schon wir spielen gegen zerg das wird ja natürlich wieder ein geiles spiel gegen zerg mich nicht so gut spiel auf jeden fall mit exe seitdem wir sehen und schiefigen scheiß von zerg 1 gegen 1 gibt es weniger cheese als im 2 gegen 2 drohne kommt rüber guckt was ich mache ach schade wir nehmen auf jeden fall eine 19 exe gas hat auch noch nicht genommen pool hat auch noch nicht genommen das hat auch wohl genommen so wenn meine exe die nein bestimmt tut er nicht wo sind die erde also wo sind und auf jeden Fall wehen wir sind haben wir auf jeden Fall gleich noch adaptieren ohne Husten wir gar kein Overlord hier Stalker, Adapt Ajo wird erneut unser sein Was wünscht ihr? Ja, ein Drittel ist gebaut Uh, da waren schon mal Drohnen Ich will mal reingucken, was er spielt Speed Upgrade hat er noch nicht Quatsch Verloren Gleich noch Robo Also Flugabwehr hat er auf jeden Fall noch nicht Also wir haben ein bisschen seine Forschung abgeschlossen Ach, was mach ich denn? Quall verbaut, ey Drittel nehmen können Die Queen würde er hier noch nicht haben Aber ein Spoko Unsere Schicksale sind vereint Oh, ganz viele Länge Ich bin hier Ihr benötigt mehr Spingers Das habe ich doch gerade ganz gebaut Das sind viele Länge Das ist ein schönes Das ist ein schönes Ich bin hier Ich bin hier In die Shadow So, ich will nicht gerne Tube Solange spielen Der Feind hat uns entdeckt. Okay, wir sammeln jetzt auch weniger Truppen. Nehmen Storm noch mit. Hier haben wir die Linge, die hier sind. So, er hat auf jeden Fall Queen's, Saubenlinge, da kommen wir schon gleich Mut und mit Scheiß. Deswegen sollten wir auch langsam mal los machen. Mein Leben für Ajoa. Erleuchtet mich. Erklärt euch. Mein Leben für Ajoa. Ernullt die Lüge. Erleuchtet mich. Erleuchtet mich. Erleuchtet mich. Erleuchtet mich. Mein Leben für Ajoa. So, dann auf geht's. Ich verlaufe mich. Mineralienfeld erschöpft. Ich bin so nett. 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 Gigi. 2 Base All In. Weg gemacht. Tja, 4.000 MMR haben wir leider noch nicht, aber wir campen uns wacker bei euch. Ja, am Wert der Armee ging natürlich eine ganz nur nach oben, nicht eine dritte genommen, wäre ich noch viel weiter vorne. Na gut, egal, war ein schönes Spiel, würde ich sagen, sehen wir uns in der Endcard, bis dahin, tschü tschü. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutti-BN StarCraft 2. Wenn's euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt's dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, euer Mutti-Bert, tschü tschü. Allerdings habe ich noch eine kleine Leerkonferenz mit einem Schiff, da hat man einen Frage noch ane. Aber wir haben eine starke und eine starke und andere. Aber irgendwann habe ich euch schon mal einen Daumen hoch gemacht.